Der Weg zum Erfolg verläuft nicht immer geradeaus. Man muss auch Kurven beherrschen und die Spur wechseln, um an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Bei Petro Canada Lubriquence übertreffen wir mit unseren Schmierstoffen die aktuellen Standards. Duhron von Petro Canada bietet merkliche Ersparnisse durch sparsameren Kraftstoffverbrauch, längere Ölwechselintervalle und geringere Wartungskosten. Die Reihe von Hochleistungsmotorölen ist für jede Aufgabe in jedem Marktbereich konzipiert. Duhron hält die notwendige Viskositätsstabilität für höchste Motorleistungen bei jedem Wetter. Wir haben eine Menge Vertrauen in Petro Canada. Durch die längeren Ölwechselintervalle reduzieren sich unsere Wartungskosten. So können wir uns anderen Dingen widmen, weil wir weniger Zeit für vorbeugende Instandhaltungsarbeiten benötigen. Mit Schmierstoffen von Petro Canada bleiben sie auch unter schwierigsten Bedingungen in Fahrt. Unser komplettes Produktsortiment deckt alle Arten von Maschinen ab, bieten überlegene Leistung bei jedem Wetter und maximalen Schutz vor Verschleiß und teuren Ausfallzeiten. Im Bergwerk verwenden wir das volle Sortiment von Duhron über ProDuro bis hin zu Hydrex Extreme, mit welchem wir echt gute Ergebnisse erzielen. Ich kann die Schmierstoffe von Petro Canada empfehlen. Schmierstoffe von Petro Canada halten die Geschäfte in über 80 Ländern rund um die Welt am Laufen. Wir bieten ihnen die Forschung und Innovation einer großen Ölgesellschaft, sowie den persönlichen Service und das Know-how von Schmierstoffexperten in ihrer Nähe. Wir können Petro Canada allen empfehlen, die Einsparungen bei Kraftstoffverbrauch und Kosten zu ihren Hauptzielen zählen. Für alle Straßenverhältnisse bietet Petro Canada Lubrikins innovative und werthaltige Lösungen, dank denen ihr Unternehmen auch in Zukunft in Bewegung bleibt.